Moin Leute! Herzlich Willkommen zurück zu VARO! Mensch, was war da denn nur in der letzten Folge los? Adrenalin pur! Und jetzt gehen wir erstmal wieder ready to slurp auf den Server zusammen mit der guten alten Sturmwaffel. Die hätte ich hier beinahe vergessen. Ich bin gerade hier noch so ein bisschen alleine. Sturmwaffel joint the game. Mensch, was war das für ein langer, langer Fight da in der letzten Folge. Das war schon nicht schlecht und wir sind immer noch am überlegen, ob Cast Crafter sein OP Apfel bei diesem Fight gesnackt hat. Ich hatte so viel Adrenalin im Körper, als ich gesehen habe nur noch diese viereinhalb Hits, weil ich bin da bei der einen Stelle relativ schlecht um die Ecke gekommen und habe dann angefangen zu brennen und ich dachte nur so, okay Leute, da war eine schöne Angelegenheit. Natürlich die Frage auch, wenn der liebe Cast Crafter gleich doch nochmal reinjoint. Nicht, dass er jetzt hier so direkt vor unserem Face, denn es ist ja auch am Wochenende der Web-Video-Preis und da müssen wir nochmal gucken, inwiefern wir da letztlich vorproduzieren. Pipapo und du snackst hier ein bisschen Holz. Genau, ich snack mir mal Holz, dann können wir unser Schlösslein weiterbauen. Das ist so als... Stimmt, unser Schloss. Wir sind hier, wie gesagt, als Aktion, vielleicht so ein bisschen das Friedensschloss, weil es ist ja momentan so viel Frieden in Varro. Haben wir uns gedacht, jetzt sind hier so viele monumentale Bauwerke schon entstanden. Ja, ich frag mich auch, wo... Early wollte, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, noch ein bisschen farmen, was sie Polychrom macht, weiß ich gar nicht. Poly macht bestimmt wieder eine Friedensmission in Afghanistan oder so. Wir müssten auch mal... Weißt du eigentlich noch, wo unsere Kiste stehen? Ja, da oben, da wo Cast Crafter halt war. Jetzt weiß ich halt nicht, ob Cast Crafter nochmal kommt oder nicht. Das ist jetzt so mein... Ne, es ist gerade... Aber was brauchst du aus der Kiste? Ne, ich bräuchte... Ich würde ganz gerne nochmal die 22 Raw Porkchop in irgendeiner Weise verbrauchen. Verbraten sozusagen. Ich hab doch... Dings hier. Was willst du an der Kiste? Ach so, hast du alles. Okay, das wäre ja meine Frage gewesen. Hast du auch Kohl? Ja. Oder... Warte. Alleine nochmal zweiten daneben. Jo, jo, geht schneller. So, ich hab nämlich auch nur noch zehn. So viel Essen hab ich auch nicht mehr. Zweifelsfall. Machen wir uns in die Burg einfach ein schönes kleines Weizenfältchen. Warte, hast du deinen Weizen? Als Provokation... Äh, ja, so Seeds kannst du dir doch hier, warte. Eins, zwei... Zwei Seeds hab ich. Kann man auch schnell mal machen, Alter. Die kleine, die kleine Brotwurk. Wir können ja ein bisschen auch über den Webvideopreis forten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der übrigens am Wochenende in Düsseldorf stattfindet. Ich weiß auch gar nicht, wo das ist genau. Im Kapitol, oder? Im Kapitol. Ist dann davor auch oder was? Also ich kenne mich da ja auch nicht so an der Zone. Oder war es nicht letztes Jahr am Kapitol? Ich weiß nicht, bitte? Ich weiß es nicht. Ich hab nur die Videos von letztem Jahr mal gesehen. Da waren ja auch recht viele Fans, die dann davor standen. Oh stimmt, ich weiß, was ich mal machen kann. Zwecks Dingens. Wir haben ein paar Äpfeln, nach Äpfeln gucken. Weil ich hab auch nur noch, oder ich hab nur zwei goldene Äpfel. Oh, okay. Das letzte Mal beim Fight keine gesnackt. Ja, und unser guter alter Lieblingslehrer, Herr Bergmann, ist dort nominiert. Auch wahrscheinlich dank vielen Leuten von euch, die manchmal täglich, wöchentlich für ihn gebotet haben. Das ist echt cool. Erstmal auch von unserer Seite, Dankeschön. Mega danke, auf jeden Fall. So ein bisschen stolz sind wir darauf hier auch. Also erstmal stolz auf Herr Bergmann, aber wir haben ja auch ein wenig daran mitgewirkt, sei es nun als Statist oder als Sprecher. Und was Bergmann dann letztlich daraus gezaubert hat, war meiner Meinung nach wirklich weltklasse. Ja, im deutschen Bereich einzigartig und auch so schön anzusehen. Ich hab's mir, glaub ich, noch ein paar Mal angesehen. Auch danach, muss ich sagen. Okay. Gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich den Adventskalender auch nochmal danach geschaut habe. Ich hatte, wenn, also komplett hab ich ihn, glaub ich, nie. Ich hab immer peu a peu die Folgen geguckt. Und manchmal einfach Folgen, die mir besonders gut gefallen haben. Die hab ich dann noch so, manchmal, wenn ich auf Bergmanns Kanal ein bisschen rumgehasselt bin, da hab ich mir dann die nochmal rausgepickt. Ja, die, wo ich mich immer verletzt habe. Das ist mit Abstand eine meiner Lieblingsfolgen. Das war ja jede zweite Folge, wo Sturm war für mich stolper. Und zurückzukommen zum Web-Video-Preis. Da sind auch noch ganz, ganz viele andere tolle YouTuber nominiert, so wie Dana, der, wer ist denn noch so am Stichel? Ist Simon nicht auch nominiert, dann? Höchstwahrscheinlich, ne? Auch in der gleichen Kategorie, oder? Ich weiß nicht, ob er in der Finale... Let's Plays kenne ich mich auch nicht aus. Er hat ja aber auch gesagt, Leute, Mensch, votet lieber für Dena. Oder Herr Bergmann hat er, glaube ich, auch gesagt. Und votet nicht für mich. Das war ein feiner Schachzug vom guten alten, selbstlosen Simon. Auf jeden Fall, muss man ja einfach mal... Kollege ist da. Kollege ist in der Kategorie wie Bergsmann, ne? Genau. Das wird richtig spannend. Ich bin mal gespannt, ob man sich so nach Kategorien zusammensetzt, weil dann hocken wir ja den Arm neben Kollege. Ja, stimmt, Alter. Was super merkwürdig wäre. Der kassiert erstmal von Palin. Ich mach ein bisschen mit dem Kollegen ein bisschen den Arm zurück. Dann zerstört er meinen Arm komplett. Reißt die mir so raus. Ist er so ein Viech? Ist er nicht viel Salat, Digga? Mega Gag. Ja, das ist doch richtig geil. Virtual High Five, Sturmwaffel. Yay! Und irgendwie sind die Äpfelvorräte. Ach, ich hab drei Äpfel. Also ich bin an unserer Burg, nur damit du weißt, wo ich bin, falls irgendjemand uns überraschen sollte. Ich baue die gerade weiter hier. Unser Vor. Ah, warte mal, ich muss das hier, warte mal. Ich nehme mal das Tochtop hier raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Brotburg, das ist für der Hammer, Alter. Der kann Polis Friedhof einpacken. Also ich könnte, wenn gleich die goldenen Äpfel, äh, Apfel macht man einfach wie, wie einen OP-Apfel, ne? Mhm, einfach nur die Barren drumrum legen. Ja, okay, 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 okay. Momentan ist wirklich alles verdächtig ruhig. Gibt es noch irgendwas? Wir sind, wie gesagt, vom, äh, 23, ach, Digga, es schreckt noch nicht so. Ich wusste es einfach. Vom 23. bis zum 25. in Düsseldorf. Genau. Also, falls ihr da seid, äh, vielleicht, vielleicht sieht man sich da ja zufälligerweise mal. Auf der Straße. Auf der Straße, ja, das wäre mal ganz schön. Ja. Natürlich auch direkt. Das wäre wirklich, wäre eine schmackhafte Sache. Ich weiß auch nicht inwiefern die ganzen, wie lang das überhaupt geht, diese ganze Verleihe. Du, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Jetzt fängt ja, glaube ich, recht früh an. Ich bin auch nicht sicher, genau wann, wann der ganze Schüssel ist. Okay. Aber, ich glaube schon, dass es eine ganze Weile dauern wird. Besonders, es sind ja auch unglaublich viele Kategorien, ne? Ja. Ja, das ist ein bisschen. Ist es dann auch so wie bei den Oscars, dass, wenn ich aufstehe und mal auf Klo muss, das dann irgendwie so... So ein Seedfiller. Ja, genau. Bestimmt. Da wird doch bestimmt weltweit übertragen. Genau. Aber wird das, wird das auf YouTube übertragen? Gab es ja, glaube ich mal, ne? So eine Live-Übertragung, oder? Ja, das wird auf YouTube live übertragen. Könnt ihr auf jeden Fall mal Ausschau halten, ob ihr uns seht. Ja. Und wenn ihr uns seht, dann will ich ein ganz großes Team-Werkwerk, Hashtag Team-Werkwerk in irgendeinem Live-Chat dann sehen, bitte. Ich bin übrigens der Typ, der die Bühne stürmt und dann von den Bodyguards unsern von den Beinen geholt wird. Das ist so mein persönlicher Plan. Echt? Machst du so einen Flitzer noch? Ich, ich... Ne, ein Flitzer, Flitzer könnte vielleicht noch was werden. Guten macht einen Flitzer auf dem Videorail. Was up? Was up? So, jetzt sind ja hier mal ein paar Sachen fertig. Wie viele Äppels hast du eigentlich? Eins, zwei, drei. Also Gold-Äppel. Äh, zwei noch. Und den OP halt, ne? Du hast einen OP-Apfel? Ne. Was up? Was up? Alles ist nur noch was up. Alles ist was up, Massaker. Ich bin auch echt enttäuscht von den... von der Ausbeute der Äpfel. Also hier ist irgendwie nicht gut Kirchenessen. Ne, ich... Das ist skandalös. Skandal! What's up? Was... Alles ist nur noch was up. Ah, das ist nur noch. Mich nervt das gerade, dass die so lange brauchen hier, die... ...goldbar. Ich könnte das ja eigentlich auch mal aufteilen. Ja. Ich hab doch hier noch einen. Ach, da ist auch Kohle drin, ey. Ja, ich hab beide, beide, beide Kohle gemacht. Ne, ich, ne, ich, ne. Da ist der Kronk. Du, die Kohle, Kohle. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bis dato meine Lieblingsfolge hier. Wieso? Weil es so schön ruhig ist und... Ich find, ich find diese Ruhe nach dem Sturm folgen, find ich immer fantastisch, muss ich sagen. Da hat man irgendwie immer noch diesen Adrenalin von der letzten Folge. Ja. Und dann kommt man irgendwie so langsam wieder zur Ruhe. Aber wie gesagt, es sieht ja auch nach wie vor so aus. Die Mauern sind ja gemacht worden jetzt, ne? Das ist mitbekommen. Also aber erst mal 500. Also deswegen sehen wir die, weil wir eben am Spawn sind, noch nicht so wirklich. Die sind wirklich sehr, sehr nah dran. Und, äh... Aber es sieht wohl so aus, als würde irgendwie bald auch mal so ein Deathmatch stattfinden. Also nicht Deathmatch, aber so eine Deathmatch-artige Verkleinerung der Map. Ja, das würde auf jeden Fall interessant. Das wäre halt richtig cool, weil dann kann man halt auch mal sich einloggen, wenn andere sich einloggen. You know? Ne? Dann ist man nicht mehr so. Ähm... Ich hab grad versucht, einen goldenen... goldenen Kohleblock zu machen. Hat nicht funktioniert. Der ist der Hammer, Alter. Der brennt ewig. Da war ich schon wieder so völlig brain-afk, dass ich so in aller Ruhe hab ich eine Crafting-Taste in die Mitte. Also mal schön die Kohle reingehlt. Hat mich gewundert, dass es nicht funktioniert, Leute. Was ist da los eigentlich? Das ging doch früher. Das ging doch alles, ne? So, warte mal. Jetzt haben wir hier nochmal die zwei Gold. Zack. Ich hab auch beim letzten Kampf gar keinen Gold-Apfel gegessen. War irgendwie... Hätt ich mal machen sollen. Ich war ja richtig low. Echt? Wie gesagt, wie gesagt, ich hatte ja auch... Ähm... Weil ich dachte, also... Es ist ja alles klug, dass er sich dann so zurückzieht und uns probiert in... Hi! Uh, cool, danke. Du bist ja nett. Äh, jetzt hast du drei, ne? Mhm. Okay, cool. Alles easy. Ja, ich hab auch den OP gegeben. Im Zweifelsfall könnte ich den vor allem... Hä, ey, die sieht ja richtig geilo aus. Ne? Produktive Waffe, Alter. Kommt, das hat so ein bisschen was von 300, ey. Tsch. Tsch. Genau. Ich bin auch mindestens genauso muskulös wie die Leute von 300. Du auch? Ich bin auch immer nach der Facecam geht's bei mir richtig los, Alter. Wie die Vase, Digga. Auch heute wieder Bankdrücken, Dinger. Bankdrücken, 300 Kilo, kein Ding. Immer im Hamburger Hafen, ne? So ein paar Bötchen auseinanderdrücken, ey. Nur im Hamburger Hafen. Ein paar Luden zieht immer die Bode raus, ey. Ich war heute sogar im Hamburger Hafen, weil ich meinen Vater zwar eh da gefahren hab. Was macht der für eine Tour? Gibt doch mehrere, ne? Ähm, ja, keine Mittelmeer-Tour, sondern irgendwie Amsterdam, London. Boah, cool. Irgendwie so ein bisschen. Das Schiff ist einfach so riesig. Ja, es ist unglaublich. Doch, ich hab einmal die Queen Mary gesehen und war von der schon mehr als Flash. Die Queen Mary? Mit Harald Krull als Kapitän, oder? Käpt'n Harald Krull, der hat doch das Patent. Auf die Eins, Zwei und Gesetze. Ach so, ach, okay. Das ist der Käpt'n zur See. Das ist der Käpt'n von der Queen Mary, wusste es nicht? Da gibt's, glaube ich, auch mehrere. So, warte mal, ich weiß gar nicht, was ich jetzt, warte mal, Produktives. Ich mach gerade Samen. Samen ist immer produktiv. Ah! Okay. Ich hab trotzdem noch die Hälfte vom Fleisch für dich hier. Ach so, das ist super. Das ist super. Fünf mal Dank. Ich hab auch vier, ich weiß gar nicht, wie ich, ach so, durch das Gold hab ich die vier Doppel gehabt. Das ist alles gut. Boah, ey, es ist schon wieder so wahnsinnig warm. Ich musste ja, Lampe, du bewirkst ja, dass das alles ganz gut ausgeleuchtet ist. Oh Gott, ne. Aber die Wärme, die du produzierst, ist wirklich... Ist echt nicht schmackhaft. ...ist wirklich hoge Barberei. Jetzt hab ich... Oh, das ist schlecht. Da schleich ich mich an. Die spannendere Frage hier wird sein, bei dieser wunderbaren Burg, ob unser ganzer Schisse überlebt bis zur nächsten Folge. Stimmt. Stimmt, der könnte ja komplett... Ja, der könnte direkt einen auseinandernehmen. Oder, schlimmer, abbauen, Brot machen und dann, äh, ne? Ey, warte mal, warte mal, der hat doch Pete Dizzle. Ist doch alles kein Problem, warte mal. Sag. Ich hab doch Bone Meal. Oh, hab ich auch, glaub ich. Was ist da? Wieso ist das nicht hier teilweise komplett? Ach, das ist jeweils nur für die Stufe? Ach echt? Das haben die aber auch neu gemacht, oder? Ja, wer... Da war nicht so krass. Ich wollte mal, dass du rauskommst. Bin grad mobil unterwegs. Aber auf jeden Fall... Aber das ist gar nicht so schlecht. Da haben wir echt mal wieder ein bisschen was zu snacken. Also besonders, weil Arena wird immer kleiner. Grad im Spawn sind ja sowieso schon alle Sachen abgefrühstückt. Das ist doch hier schon fertig, ne? Das ist alles fertig, ja, ja. Können so noch ein paar rausziehen, ein paar Samen. Ich stell mal so lange hier ein paar Dings auf. Krieg ich von dir auch noch ein bisschen was? Ach, du, ich snack ich. Mir kriegst du ein Blödsinn. Oh, verdammt. Ich hab aber nur acht, da sind grad mal drei Brote. Warte. Ja, ja, geht ja alles. Oh, was machst du? Wir haben auch noch die Melonen, die wir noch mal anbauen. Aber... Okay, da haben wir auch noch 20 Fleisch, ey. Ja, ja. Also ich hab auch irgendwie da noch zusammengerechnet 22 Fleisch. Ja, ey. Upsa. Wissen wir mal ein bisschen wo? Hättest du mich beinahe geschlagen. Nee, 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 nee. Ich war einfach nur... Mir gefällt die Burg. Die ist schön, ne? Du musst auch mal ein paar Ressourcen sammeln, um da auch mal meinen Teil... Weil wir haben ja auch noch gar keine richtige Brücke. Oh, stimmt. Und nur noch mal zur Info, Leute. Und gerade da drum rum mit Lava. Für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, weshalb wir jetzt nicht irgendwie unter die Erde oder in Nita oder so gegangen sind. Wir wollen das jetzt hier in irgendeiner Weise zu Ende bringen. Und wenn wir jetzt nach unten gehen würden, das hab ich in der letzten Folge ja schon mal erwähnt, hast du immer die Gefahr, dass die Person direkt in deinen Gang rein splasht und auf einmal einen Meter zu kämpfen gegen Leute, die irgendwie... Bestialisch ausgerüstet sind, das ist schwer. ...Fire Aspekt und dann noch gute Protection-Werte. Das ist dann irgendwie... Da können wir unseren Vorteil des Zweierteams nicht wirklich ausspielen. Weil Equip-technisch hängen wir zumindest ein Teil hinterher, sind aber einfach zu zweit. Und das ist unser Vorteil. Ja, und das ist dann einfach... Das ist einfach mal so. Bei wie vielen Minuten stehen wir denn gerade? Warte. Wir sind bei... Wir haben nicht mehr so viele Minütchen, haben wir noch. Minütchen, okidoki. Ich bin... Ich hol dir mir dann nochmal ein paar Pfeile. So, ich hab da jetzt mal ein Schildchen-Ding gemacht mit Sind viele Pfeilen drin? Also nicht reingehen. Oh, das ist gut. Zum Abschrecken. Get down! Get down, Peeps, get down! Ich könnte ja wirklich mal... Ich nehm einfach... Ich hoffe, das schallt auch bei mir nicht, weil ich bin ja gerade wieder beim Elternhaus und da hab ich irgendwie immer das Problem. Deswegen hab ich jetzt auch seit letzter Folge einen neuen Hintergrund. Das ist ja das Gute an dem Mikrofon, dass das eben so richtig krass dämmt. Hattest du eigentlich noch Samen, die du nicht angebaut hast wieder, ja, ne? Äh, jo. Wir brauchen Samen. Oh, jo. Warte mal, aber erst mal... Oh, ja, ja, warte. Oh, ach, ich mach ja gar nicht so viel. Schade. Oh, oh. Da gab's ne kurze... Kurze Detonation. Warte. Das ist die Palubelburg, Alter. Wie, wie, gib's nen Eingang in die Palubelburg? Mhm, hier. Der ist natürlich ein guter Eingang, Alter. Achso, hier, oh, vor... Hol dich zur Waffe! Oh, 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 nein! Oh, da bin ich fast gestorben. War mal kurz spannend wieder in der Folge. So, ah, hier geht's rein, okay. Zack, 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 zack. Ding-i-ding. Ding-i-ding. Und da ist der Timer. Das sind auf jeden Fall 15. Jetzt haben wir noch ein Minütchen. Minüdel! Oh, hi. Oh, da ist das Ganze, fällt dir schon. Oh, das sieht doch richtig schön hier aus. Jetzt erstmal nochmal ne Änderperle werfen. OP-Apfel essen. Und dann geht's re los. Wihuu! Oh, ich hab Strings auch bekommen. Das ist doch alles schmackhaft. Ja, dann werden wir hier drauf warten. Dann müssen wir ein bisschen rausgehen, ne? Damit wir nicht... Ach ja, stimmt. ...dass dann die Leute denken, so, die sind bestimmt dann noch hier, die Eumels. Die Eumels, oh, ich muss auch nochmal essen. Wir müssen uns ja kurz den Wald stellen oder so, dann... Ja, ein bisschen... Zu weit dürfen wir auch nicht davon entfernt sein. Ja, ich würd sagen, hier reicht ja, ne? Jo, hier ist ganz schön. Da vorne ist er auch. Hier ist ganz knackig, ganz taggig. Ich werd jetzt kurz nochmal... Einmal kurz was snacken, damit ich volles Essen hab, wenn ich einlogge. Das kann ja nicht schaden. So, und dann können wir raus. Disconnect. Gut, Leute. Die Ruhe nach dem Sturm mal wieder. Wir waren doch relativ produktiv. Ich find das war super. Also, also, fand ich klasse. Über interessante Themen, wie den Web-Video-Preis geredet. Sorry, ich rede dir in dieser heutigen Folge oftmals, fall ich dir ins Wort. Sturmabill, beende es. Gut, ich sag tschüss, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Tschüss. Achso, okay. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst den Kanal wieder mit dem Blachhaut rein. Ciao. Boja.